Also, wir sind jetzt im Auto und wir fahren jetzt gleich los. In Europa-Park! Genau. Wir gehen noch mit ein paar anderen Leuten, also mit zwei anderen Familien. Wir sind dritter im Ganzen. Genau, das sind viele Leute. So, wir sind jetzt in Deutschland. Und wir gehen jetzt in Europa-Park! Also, wir sind jetzt in Europa-Park. Genau. Und ja, das ist eigentlich richtig. Nice! Ja. Es ist halt ein bisschen schlechtes Wasser. Aber dann ist es wirklich auf dem Weg in die Schweiz. Und ein Treffen! Ja, genau. Wir gehen dann auf der Bobbahn. Also, ich werde eigentlich gar keine... Wir sehen uns dann in der Bobbahn beim Anstand. Tschüss! Äh... Nein! Also... Links! Wo links? Links! Ja, wo links? Ja, wo links? Das links! Ja, welches links gibt es auch? Äh... 35? Links! Links! Hinter und leeren! Stinkt's! Ja geil! Ja, Raul, jetzt bist du ins Wasser gefallen! Jetzt ist der Raul ins Wasser gefallen! Wir gehen jetzt... Wohin gehen wir jetzt? Nach Spanien! Also... Wohin gehen wir? Spanien! Okay! Also, wir wissen nicht... Milka schon, ich habe mir das da gekauft und dann noch gut gesehen. Es sieht so fein aus. Ja, ja! Ich kann natürlich wieder abschissen! Ich glaube, ich kann schon 5.15! Ja! 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 Ja, du bist mal, das am Schwimmen! Hahahaha Mach doch die Brüder Mit Fuh Crazy Ganz steil, Mama Nein, nein Also, wir gehen jetzt richtig Island, Skandinavia wegen dieser AHHHHH!! Ah, ah Ah, ah AHAHA Woah Wir gehen jetzt noch mal in den Park. Ich war im Rotterdam und jetzt gehen wir noch mal in den Park. Wir sind jetzt am Eurosat anstehen, oder? Ja, Eurosat. Genau, und wir werden jetzt anstehen. Wir sind immer noch anstehen und es ist so geil da. Es ist einfach blaulicht, es ist so extrem geil. Oh mein Gott, es ist einfach geil. Der ist so geil da! Oh mein Gott! Ich bin ja schon offensichtlich, aber es ist mir erst heute aufgefallen. Ja, jetzt in der Kamera sehen wir es nicht, aber es ist schön. Oh, noch mal essen! Ey, mein Mistress! Also, wir sind jetzt draussen. Nein, wir sind draussen. Nein, wir sind draussen. Wir sind jetzt draussen. Ja, danke. Danke. Wir sind jetzt draussen. Danke. Und es war mega geil. Ähm, ja. Ja, genau. Und jetzt gehen wir nachher auf die Geisterbahn. Und ja, das fühle mich auch wieder. Oh, aber doch jetzt kurz. Doch, aber nicht auf mich. Nein! Nicht auf mich, aber fast. Nicht auf mich, aber fast. Wow! Wow! Aua! 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 Wow! Oh! Ufff! Untertitelung. BR 2018 Jetzt habe ich dich! Das ist neu! Das ist neu! Jetzt ist neu! Spür die Luft! Tief! Ja! Ja! Wir waren gerade auf Silberstag. Es war richtig nice. Vor allem es war wirklich geil. Und das Lustige ist, so standen, bitte! Aufstehen verboten! Wie willst du aufstehen? Dann bist du schon gespannt, wenn du aufstehst. So, wir sind auf dem Tassenkarussell. Sorry, meine Beine sind überall im Weg. Im Europa-Park. Genau. Wir sind 2, 4, 6, 7. in einer Tasse. 7. Geil! 7. in einer Kaffeetasse. Jetzt machen wir noch ein Kaffeetasse. 2. 2. 2. 3. 3. 2. 3. 4. 4. 4. 4. Wir sind gerade auf dem Alperblitz und hatten die Virtual Reality Brille an. Und es war mega geil. Und jetzt haben wir Dylan gemobbt. Und jetzt mobben wir Dami. Nein! 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 Schlauernänderung. Wir sind nicht aus dem See-Restaurant. Besonders hier sind wir ein spanisches Restaurant und ich habe Spaghetti gegessen. Mariela, was hast du gegessen? Was hast du gegessen? Nein! Das ist alles okay, aber... Diego! Was hast du gegessen? Nein! 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 Wir gehen jetzt da. Wir gehen jetzt da. Genau! Genau! Wir gehen jetzt auf den Bodan. Ja! Wir sind jetzt auf dem Bodan. Ja. Geil! Scheisse! Wir sind auf dem Mürwerfding. Nein! Gerade noch scheisse! Die gehen fast auf die Seite! Ah! 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 Damm schlauern! Die kann ich nicht auslaschen! Haube werden damit ein Wiener. Lengann, die Fallon! Fallon, fallon! Alles gut! Hey! Waa! Ach! Aufkommen! Hey! Hallo! Hallo! Super heftig! Äh, nein! Kau fest! Nein, nein, nein! Fotopoint in 100 Metern! Ich bin... Ja, ich bin... Was? Was ist der Hund? Nein, nein, nein! Ja, 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 ja. Okay! Dann mal! Genau, wir laufen jetzt zum Silver Star. Also zum Kino. Und während die anderen ins Kino gehen, dann gehe ich auf den Silver Star. Genau! Yo, yo, yo! Okay! So, ich bin voll auch dabei gewesen. Ich schwöre, ey, voll krass, altä! Das schneide ich ins Video! Das schneide ich ins Video! Als der. Kki und alle ins Video! Foll krass! Krei und alle ins Video! Kki und alle ins Video! Kki und alle ins Video! sie machtens cot dear! Sie an Anspruch! bird sieletonowund הדwude! Okay, Okay! Also, und dann gehen wir zum Kino. Also, und dann gehen wir zum Kino. Jetzt gehen wir zum Silver Star. Silver Star, Silver Star! Äh, Hooligan! Wir sind hier in der Mini Moisting und es ist so nice, wir waren hier oben. Es war richtig cool. Wir sind auf der Free Fall hier oben. Da hinten irgendwo, keine Ahnung. Und ja, das ist mega lustig. Ja, bis nachher. Wir gehen jetzt aus dem Park raus. Jetzt sind wir gerade. Jetzt ist es franzig. Oh, oh, stay for me. Mal, stay, wir wollen einen Milka-Shop. Ja genau, Milka. Irgendwo, wo du Milka gibst. Let's go, X's and O's. Jawohl, wenn wir... Stay, I want, let's go, X's and O's. Also, O's? X's and O's. Aber das sind cool. Ja. One, two, three, they're gonna run back to me. They always wanna come, but they never wanna leave. X's. Also, wir sind jetzt aus dem Europapark draussen. Ja, das heisst, wenn wir gehen. Wuhuhu. Aber wir gehen ja bald wieder. Das heisst, also... Ja. Ich kann endlich anfangen mit Schneiden. Genau. Das ist ja meine Lebensbeschäftigung. Ja. Ich hatte Probleme. Ja. Ich kann! Leute, schaut mal, was ich kann! Er hat sich nur das da gegönnt. Ja. Und jetzt würde man sagen, bis zu der Heifahrt. Das wäre jetzt der Vlog gewesen. Ich bin gerade am Schneiden gewesen. Es sind etwa zwei Stunden. Und ja, ich würde mich sehr über den Daumen nach oben freuen. Daumen nach oben würde ich mich jetzt auch freuen. Ich würde mich auch über das Abo freuen. Ja. Und wenn es euch gefallen hat, schreibt bitte einen Kommentar, damit ich mich besser erkanne. Genau. Ja. Und ja, das wäre dann mein nächster Vlog gewesen. Und ja. Ja, ich sage jetzt am fünften Mal. Genau. Also. Ciao!